Update, die Newsshow am Freitag. Ja, zum Ende des Monats hin gibt es hier bei Update heute unter anderem als Thema auch noch so, was im Juni passieren wird, vor allem in Deutschland. Da gibt es so ein paar Änderungen, die es geben wird, Kabel-TV und die Bahncard vor allem. Da gibt es ein paar Veränderungen. Wir reden heute außerdem auch noch bei Update über Matthias Vornhoff, bekannt als ZDF-Nachrichtenmoderator, vor allem in letzter Zeit das Politbarometer präsentiert. Die aktuellen Zahlen, so Umfragewerte und so, ist Off-Air genommen worden. Die Gründe gibt es heute auch hier in der Newsshow live am Freitag auf Twitch und bei DERCHU TV. Nicht erschrecken, das bin ich wirklich. Ja, herzlich willkommen zu Newsshow am Freitagabend live hier auf Twitch bei DERCHU TV. Und natürlich dann auch später wieder zu sehen auf YouTube und auf derchutv.de. Ja, da hat sich der Warni mal einfach mal zum Monatswechsel ein neues Aussehen gegönnt. Nein, der Bart musste mal runter, weil auch die Haut ein bisschen, sagen wir mal, gepflegt werden muss. Auch unter dem Bart muss sie gepflegt werden und da hilft es sich nur einfach Öl und irgendwelche Gels für den Bart drauf zu schmieren. Es muss ja schließlich auch die komplette Haut sein. Deswegen habe ich es mal gemacht. Ja, also ihr werdet sowieso sehen, ab nächster Woche dann wieder, wie der Bart nach und nach wieder da ist. Also das habt ihr schon öfters mal hier gesehen für die Stammzuschauer, die das ja schon wissen, sowohl ja auf YouTube, wenn ihr da geradewegs die Aufzeichnung schaut, das VOD. Oder natürlich, ja, hier live auf Twitch. Ja, letzter Stream in dieser Woche und heute Just Chatting pur. Erstmal ein paar News zum Aufwärmen, könnte man sagen. Und wir beginnen mit einem schlimmen Vorfall am Marktplatz von Mannheim nämlich, denn dort hat ein Mann mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen und diese auch zum Teil schwer verletzt. Der Mann, der das getan hat, der wurde nach Polizeiangaben sogar auch noch von der Polizei angeschossen. Tot ist er nicht, aber er ist verletzt. Unter den Verletzten befindet sich auch ein Polizeibeamter, der nämlich dann entsprechend den Mann, der halt mit dem Messer angegriffen hatte, die anderen Menschen retten wollte. Wie viele Menschen bei dem Angriff verletzt wurden, das ist bisher jetzt, Stand jetzt noch nicht bekannt gegeben worden, aber man hatte auch schon etwas später, nachdem man die Lage unter Kontrolle hatte, gesagt, die Gefahr für eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht. Medienberichten zufolge soll nämlich dieser Messerangriff einem Anti-Islam-Aktivisten nämlich gegolten haben. Sein Name ist Michael Stürzenberger nämlich. Der hat eine Gruppe, die nennt sich Pax Europa oder Pax Europa und die hat auf ihrer Webseite selbst berichtet, dass es bei einer Kundgebung in Mannheim zu einer Messerattacke gekommen ist. Dabei wurden Stürzenberger selbst mehrere Helfer und auch ein Polizist dann mit dem Mann halt in Konfrontation gebracht und wurden dabei auch verletzt. Die Verletzung des Beamten, so hieß es dann von Sicherheitskreisen weiter, ist lebensgefährlich oder soll lebensgefährlich sein. Ja, Stürzenberger und sein Umfeld rund um diese Pax Europa oder Pax Europa Bewegung werden von den Behörden unter anderem in Bayern nämlich dem Bereich der verfassungsschutzrelevanten Islamfeindlichkeit zugeordnet. Stürzenberger selbst bestätigte auch, dass er immer wieder als Versammlungsleiter für Pax Europa aktiv nämlich gewesen ist. Er trat auch im Übrigen als Autor einer rechtsextremistischen Webseite nämlich in Erscheinung. Dort hat er Artikel entsprechend geschrieben und er hatte auch islamfeindliche Äußerungen verbreitet, hieß es zum Beispiel auf der Webseite in der Bayerischen Informationsstelle gegen Extremismus. In den sozialen Medien, das ist natürlich dann auch klar, da gab es dann auch wieder ein Video zu finden von diesem Vorfall. Ein Mann greift dort einen anderen Mann mit einem Messer an, verletzt ihn entsprechend. Dann sticht der Angreifer auf einen Polizisten ein und verletzt ihn am Kopf. In der Folge wird dann der Angreifer offenbar von einem weiteren Beamten angeschossen. Falls ihr das Video entsprechend ja mal gesehen haben solltet, werdet ihr das wahrscheinlich wohl irgendwie in eurer Timeline gesehen haben. Wenn nicht, ist es ja auch nicht schlimm, dennoch ekelhaft ist sowas zu sehen. Das Motiv der ganzen Tat ist bisher nicht bekannt. Ob die Attacke natürlich einen politischen Hintergrund hat oder auch nicht, das ist Gegenstand der Ermittlung. Rettungskräfte und auch Rettungshubschrauber sind im Einsatz gewesen. So von der Polizei Mannheim und der Marktplatz ist abgesperrt worden. Zudem seien auch Schutzwände, Sichtschutzwände aufgestellt worden, damit es dann halt nicht entsprechende Gaffer gibt. Auch entsprechend musste in Mannheim der Straßenbahnverkehr für kurze Zeit eingestellt werden. Der betroffene Bereich wurde nicht befahren bzw. wurde gesperrt. Und ja, der Marktplatz an sich befindet sich ja in der Innenstadt von Mannheim. Mannheim hat ja rund 300.000 Einwohner und liegt im Norden von Baden-Württemberg. Der Oberbürgermeister der Stadt, Christian Specht, er sagte dazu, dieser brutale Angriff erschüttert und schockiert uns. Er macht uns sprachlos. Und er sei natürlich in den Gedanken bei den verletzten Polizisten und auch bei den anderen Opfern. Bei den verletzten Polizisten, wie gesagt, da wissen wir, stand jetzt noch gar nichts. Zugleich rief natürlich Specht auch noch die Menschen dazu auf, nicht über die Hintergründe der Tat zu spekulieren. Und stattdessen halt eher auf die Ergebnisse der Ermittlungen zu warten, was ja leider immer wieder in den sozialen Medien passiert. Das ist auch schon wieder bei gewissen Leuten passiert, die darauf angesprochen wurden und die dann halt quasi irgendwie beschuldigt wurden, weil durch ihre, ja, weil es Muslima sind oder Sonstiges, ist diese Tat entstanden. Bundeskanzler Scholz hatte sich ebenfalls dazu geäußert. Die Bilder aus Mannheim sind furchtbar, schrieb der Bundeskanzler auf der Plattform X. Mehrere Personen, so schrieb Scholz weiter, sind von einem Attentäter schwer verletzt worden. Meine Gedanken sind bei den Opfern. Gewalt ist absolut inakzeptabel in unserer Demokratie. Der Täter muss streng bestraft werden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die sprach auch von einem schrecklichen Verbrechen. Sie wünsche den Opfern selbstverständlich, dass sie vollständig genesen können. Meine Gedanken, so Faeser weiter, sind insbesondere auch bei dem durch Messerstiche schwer verletzten Polizisten, den Polizeikräften, die ja sofort ja auch eingeschritten waren, und den Ärzten sowie Rettungskräften, die um das Leben der Opfer und dieser furchtbaren Tat kämpfen. Danke ich sehr herzlich, so die Innenministerin. Es liegt an euch, ob ihr da entsprechend in dieser ganzen Bubble mitlaufen wollt oder nicht, aber entsprechend wartet erstmal ab, was dabei rausgekommen ist. Natürlich kann man da erste Spekulationen gerne machen, wenn man es möchte, aber man kommt da schwer raus. Deswegen, was wir bisher haben, das ist der Stand der Dinge. Ganz einfach. Wir machen einen harten Cut und gehen über zu... Ja, wie nenne ich das jetzt einfach? Ich weiß es nicht genau. Aber wir kommen zu einem ganz anderen Thema, was überhaupt, sagen wir mal jetzt so, mit dem, was von vorherigen überhaupt nichts zu tun hat. Und ich habe mir mal gedacht, naja, dieses Thema könnten wir eigentlich auch mal öfters mal hier in der Newsshow haben. Würde ich natürlich eher in einer Newsshow einarbeiten, die natürlich nicht 40 Minuten lang ist, sondern eher 60 Minuten lang. Die gab es aber diese Woche nicht. Es wird, ja, es gibt einen Monatswechsel. Mal wieder. Wer hätte das gedacht, ja. Der Juni steht an. Somit steht auch so langsam der Sommer an und natürlich auch die Fußball-EM und viele andere Dinge. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere Veränderungen in dem neuen Monat, der morgen beginnen wird. Und da schaue ich natürlich gerne mit euch selbstverständlich drauf. Denn klar ist, es gibt die Fußball-EM, ja, es gibt auch das Champions-League-Finale morgen. Das sind aber Sachen, die gibt es halt immer wieder. Und es gibt aber auch wichtige Sachen, die halt komplett im Juni natürlich passieren. So unter anderem natürlich auch viele Beschlüsse, die gemacht wurden oder die schon vor längerer Zeit gemacht wurden. Unter anderem natürlich die Staatsbürgerschaft für die, die natürlich zugewandert sind in die Bundesrepublik. Die Reform greift aber auch erst zum 27. Juni. Und dort kann dann natürlich dann Einbürgerungen stattgegeben werden nach fünf Jahren, wie bisher nach acht Jahren. Bei besonderen Integrationsleistungen ist sogar nach drei Jahren, wie gesagt, der deutsche Staatsbürgerschaft möglich. Und auch Mehrstaatlichkeit wird zugelassen. Heißt also, neben einem deutschen Pass kann man halt auch, also neben einer deutschen Staatsbürgerschaft, kann man auch noch wahrscheinlich seine türkische, russische, keine Ahnung, belgische, niederländische dann auch noch haben. Für ehemalige Gast- oder Vertragsarbeiter in der DDR, also in der DDR gilt, also beziehungsweise die damals in der DDR gearbeitet haben, dass er zur Einbürgerung nur mündliche Deutschkenntnisse nachweisen müssen und keinen Einbürgerungstress mehr machen müssen. Das gilt natürlich jetzt auch entsprechend, jetzt auch für die Bundesrepublik. Ich glaube, ich habe da einen kleinen Fehler gemacht, ist aber egal. Ja, was sich auch im Übrigen noch ändern wird, ist, wenn wir jetzt zu den Zügen kommen, nämlich von morgen an bis September erstmal, brauchen nämlich Bahnreisende in fast allen Zügen im grenzüberschreitenden Fernverkehr, wer also zum Beispiel von Deutschland nach Frankreich, von Deutschland nach Österreich oder sogar von Deutschland nach Polen fahren will, eine Sitzplatzreservierung. Und diese ist beim Fahrkartenkauf dann kostenfrei automatisch mit dabei. Unabhängig davon, ob es sich jetzt um ein Sparpreisticket handelt, um ein Flexpreisticket handelt, heißt also, das ist kostenlos entsprechend mit dabei. Nur wer einzeln eine Reservierung dann bucht, der muss bezahlen, das ist klar. Und Grund für diese Regelung ist natürlich die hohe Nachfrage, denn die Bahn erwartet ja unter anderem jetzt, wo ja die Fußball-EM in zwei Wochen losgehen wird, eine sehr hohe Nachfrage. Apropos Bahn, die verändert nämlich auch etwas ab dem 9. Juni, nämlich, denn es gibt ja die sogenannte Bahncard 25, 50 und 100. Und die 25er und 50er Bahncard, die wird es ab dem 9. Juni, wer sich eine neue zumindest holt oder sie verlängern muss, nicht mehr analog geben. Heißt also, ihr kriegt nicht mehr so eine schöne Karte, sondern ihr müsst sie auf dem Handy haben, auf der offiziellen Bahn-App oder auf der Plattform Bahn.de. Wer halt kein Handy hat, der kann sich dann entsprechend Ersatzdokumente ausdrucken, aber es ist wahrscheinlich eher wohl eine geringe Anzahl an Leuten, die eher, sagen wir mal, kein Smartphone haben, ein Handy besitzen, aber halt nur ein Handy mit Tasten halt wie gesagt. Und vorhandene Plastikkarten der Deutschen Bahn können halt wie gesagt noch bis zum Ende der Gültigkeit, da gibt es ja auch noch ein schönes, ich nenne es Ablaufdatum, dann auch noch entsprechend genutzt werden. Ja, auch die Chancenkarte. Arbeitswillige aus Nichtländern der EU nämlich dürfen ab Juni mit der sogenannten Chancenkarte zur Jobsuche für ein Jahr nach Deutschland nämlich kommen. Grundvoraussetzung dafür ist aber, dass man mindestens eine zweijährige Berufsausbildung oder einen Hochschulabschluss im Herkunftsland sowie Sprachkenntnisse in Deutsch oder Englisch natürlich hat. Die Sprachkenntnis, nach Sprachkenntnis, Berufserfahrung, Alter und Deutschlandbezug bekommen dann interessierte entsprechend Punkte und die dann natürlich dann diesen Erhalt dieser Chancenkarte dann auch berechtigt. Bekommt man sie, hat man dann natürlich eine Chance für ein Jahr dann in Deutschland zu arbeiten. Dann natürlich das Thema Kabelfernsehen. Man hat es wahrscheinlich, wenn man lineares Fernsehen geguckt hat, immer wieder gesehen oder diverse Angebote im Briefkasten gehabt oder wo auch immer oder im Internet irgendwie mitbekommen. Zum 30. Juni endet ja das Nebenkostenprivileg fürs Kabelfernsehen. Bedeutet also, dass ihr ab dem Zeitpunkt nämlich, falls ihr wie gesagt zumindest in Deutschland wohnt, euch darum kümmern müsst, dass wenn ihr Kabelfernsehen guckt, dass ihr weiterhin dann euch selbst darum kümmern müsst. Denn dieses Nebenkostenprivileg ist nicht mehr in der Miete entsprechend oder in den Nebenkosten vom Vermieter mehr drin. Bedeutet also, ihr müsst euch selbst einen Kabelanschluss holen oder entsprechende Auswahlmöglichkeiten. Gibt es diverse Streamingdienste wie Weipu TV, Situ und so weiter und so fort. Auch andere wie die Deutsche Telekom selbst, die ja auch Kabelanbieter ja sind, bieten ja entsprechend sowas an. Jahrelang betraf diese Praxis ja rund etwa 12 Millionen Mieter. Die haben wahrscheinlich schon auch direkt umgestellt, aber ab Juli dürfen wie gesagt die Vermieter die TV-Gebühren nicht mehr auf die Nebenkosten legen. Heißt also dann auch, da wird entsprechend dann auch Maßnahmen ergreifen, dass ihr dann ab dem 1. Juli dann vielleicht auch noch während der Fußball-WM noch Fernsehen gucken könnt. Eine weitere Änderung bezieht sich vor allem nämlich von Handy-zu-Handy-Zahlungen. Denn Kundinnen und Kunden einiger Banken in Europa können ab Ende des nächsten Monats, also in gut 3-4 Wochen, untereinander diese Handy-zu-Handy-Zahlungen auch durchführen. Und das ermöglicht das europaweite Bezahlsystem Vero, nämlich der Bankeninitiative EPE, European Payment Initiative. In Deutschland nehmen dort die Sparkassen, die Volksbanken und auch die Raiffeisenbanken sowie auch die Deutsche Bank daran teil. Also wenn ihr dort Kunde bei der entsprechenden Bank seid, dann habt ihr da die Möglichkeit, das ab Ende Juni zu nutzen. Ende Juni soll dann die erste Ausbaustufe auch starten. Ziel des Ganzen ist es, ein einheitliches europaweites System auch noch zum Bezahlen per Smartphone und Karte aufzubauen, um der Kundschaft ein Konkurrenzangebot zu machen, wie unter anderem zu Paypal aus den USA. Dann gibt es natürlich, wer nach Venedig reisen will, wieder eine Änderung für Touristen. Die Stadt in Italien verbietet ab morgen nämlich Reiseführern, nämlich begleitete Touristengruppen mit mehr als 25 Menschen. Also sind es mehr, sind es 26, dürfen sie nicht mehr nach Venedig. Auch sind nun Lautsprecher bei solchen Führungen ebenfalls verboten. Die Maßnahmen sollen helfen, den Massentourismus und auch die negativen Auswirkungen dadurch einzuschränken, wie auch die jüngste Einführung des Tagestickets von 5 Euro, was es ja auch schon seit einigen Monaten gibt. Und dann noch zwei Sachen, die eingestellt werden, was so im Digitalen nämlich abgeht. Einmal bezüglich des Podcasts, Google Podcasts wird am 23. Juni eingestellt. Dort können dann nämlich keine Podcasts mehr gehört werden. So wird natürlich dann die Software als auch natürlich die App eingestellt. Google lässt dann die Podcasts alle über die YouTube Music App laufen. Betroffene Nutzerinnen und Nutzer können dann natürlich ihre Abos, die sie bei Google Podcasts auch abgeliefert haben, dann bei YouTube Music übertragen oder zur Verwendung zu einer anderen Podcast App entsprechend dann auch exportieren. Und letzte Woche habe ich ja schon hier bei Update darüber berichtet und ich erwähne es gerne noch einmal. Am 26. Juni heißt es Goodbye ICQ, aber ich glaube von uns nutzt das niemand mehr. Das sind einige Änderungen oder Maßnahmen, die im Juni gemacht werden. Wenn es euch entsprechend gefällt, dass ich mal sowas hier erwähne, dann kann ich das gerne öfters mal zum Monatsende selbstverständlich hier gerne bei Update mit reinbringen. Nicht nur hier, sondern auch in der 60-Minuten-Variante von Update, die es eigentlich öfters mal einmal die Woche um 12 Uhr geben sollte. So als Mittagsausgabe eine Stunde lang exklusiv live auf Twitch. Gleich hier bei Update geht es um Matthias Vornhoff, nämlich der ZDF-Journalist. Der ist unter anderem ja beim Politbarometer zu sehen gewesen, aber vor allem auch als Leiter der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen. Jetzt ist es aber so, dass er jetzt seine Posten verloren hat. Auch die Moderation des Politbarometers und sogar der Mann der Zahlen, was die Wahlen angebt. Das ZDF spricht von Beschwerden über Fehlverhalten gegen Mitarbeiterinnen. Was da los ist, darüber reden wir gleich. Außerdem reden wir über das Billig-Online-Portal Temu. Nämlich die EU guckt sich das genauer gesagt mal ein bisschen an, was da nämlich abgeht und wird wohl wahrscheinlich bald auch Strafen durchziehen. Jetzt aber erstmal kurz Nachrichten-Kompakt, Update-Kompakt, bitteschön. Die Bundesregierung gibt der Ukraine die Erlaubnis, von Deutschland gelieferte Waffen auch gegen militärische Ziele in Russland einzusetzen. Das teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit. In den letzten Wochen hat Russland insbesondere im Raum Scharkiv von Stellungen aus, dem unmittelbar ausgrenzenden russischen Grenzgebiet, heraus Angriffe vorbereitet, koordiniert und ausgeführt, erklärte er. Gemeinsam sei man der Überzeugung, dass die Ukraine das völkerrechtlich verbriefte Recht habe, sich gegen diese Angriffe zu wehren. Bundeskanzler Olaf Scholz ist gegen ein AfD-Verbotsverfahren zum jetzigen Zeitpunkt. Ein Verbot ist eine ganz schwierige Sache in der Demokratie und deshalb bestehen da sehr hohe Hürden, sagte er beim Deutschen Katholitenklag in Erfurt. Aus seiner Sicht solle zunächst der Verfassungsschutz seine Arbeit tun. Scholz betonte, dass rechtspopulistische Parteien auch in anderen Ländern wie in Finnland, Schweden oder Österreich groß geworden seien, obwohl es dort keine allzu großen Probleme gäbe. Anlässlich des Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschef der sieben großen westlichen Industrienationen Mitte Juni in der süditalienischen Region Apulien wird es an Italiens Grenzen wieder Kontrollen geben. Das Schengen-Abkommen zum Wegfall der Kontrollen an den Binnengrenzen der EU-Mitgliedstaaten wird an Italiens Grenzen vom 5. bis zum 18. Juni ausgesetzt, wie das italienische Innenministerium mitteilte. Der Gipfel findet vom 13. bis zum 15. Juni in einem Luxushotel im apulisischen Bongo en Giazia statt. Die amerikanische Pornodarstellerin Stormy Daniels hat nach Angaben ihres Anwalts sehr emotional auf den Schuldspruch für den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in dem Schweigegeldprozess reagiert. Seine Mandantin sei erleichtert, dass der Fall nun vorbei sei, sagte Jurist Clark Brestwa, US-Medien. Für die 45-Jährige sei das Urteil auch deshalb wirklich emotional gewesen. Brestwa sagte, kein Mensch steht über dem Gesetz und der selbstlose, fleißige Einsatz jedes einzelnen Geschworenen sollte respektiert und gewürdigt werden. Angesichts der Unwetterwarnungen für Sachsen bleiben die Parks der Schlösser Rammenau und Wesenstein sowie der Klosterpark Altzeller an diesem Wochenende geschlossen. Zudem wurden Veranstaltungen zum Kindertag abgesagt. Wegen der angekündigten schweren Gewitter und der Gefahr von Überschwemmungen bringt die Stadt Chemnitz mobile Hochwasserschutzwände in Stellung. Sie seien zum Schutz der Innenstadt vorgesehen, teilte die Stadtverwaltung mit. Auch wurden öffentliche Sandsackabfüllplätze geöffnet. Nach dem Titelgewinn der SG Flensburg-Handewitt in der European League bekommt die Handball-Bundesliga in der kommenden Saison einen sechsten internationalen Startplatz. In der Champions League kämpfen Meister SC Magdeburg sowie die Füchse Berlin um den Titel. In der European League gehen neben Flensburg noch der THW Kiel, die MT Melsungen sowie Gummersbach an den Start. Flensburg hatte am vergangenen Wochenende mit einem Sieg gegen die Berliner den Titel in der European League geholt. Der Sieg hatte direkte Auswirkungen auf die Setzliste der EHEF. Deutschland führt dieses Ranking nun wieder an. Das hört sich doch gut an. Gute Nachrichten beim Handball. Ja, das waren die Kurznachrichten. Update kompakt, selbstverständlich. Mehr News auf derchutv.de. Unter anderem gibt es dort auch die News darüber. Über Donald Trump selbstverständlich in 34 Anklagen ist er für schuldig gesprochen worden. Seine Hass-Tiraden enden ja jetzt ja aktuell nicht so beleidigt, wie er ist. Warum das heute hier bei Update kein Thema war. Bleibt mal gleich einfach mal dran. Bei derchutv Live werde ich das nämlich gleich mal erklären. Da müssen wir mal drüber unbedingt reden. Außerdem gibt es auch noch die News darüber, dass Entwickler von ChatGPT, die Entwickler von ChatGPT bei OpenAI, nämlich fünf Desinformationskampagnen aus Russland, China und dem Iran gestoppt haben und dafür natürlich klar die Sachen von ChatGPT genutzt haben. Also auch eine sehr interessante News. Könnt ihr da gerne auch mal reinschauen auf derchutv.de. Wer noch nicht hat, den WhatsApp-Channel von oder wer noch nicht Mitglied ist beim WhatsApp-Channel von derchutv. Mitgliedschaft ist kostenlos. Einfach den QR-Code einscannen oder über Twitch in den Chat Ausrufezeichen WhatsApp oder natürlich einfach, wenn ihr gerade dieses Video hier oder diese Ausgabe von Update auf YouTube guckt oder auf derchutv.de, also sprich als VOD, findet ihr das auch unten in der Videobeschreibung. Das nur mal ganz kurz erwähnt. Ja. Kommen wir zum nächsten Thema. Das ZDF steht vor großen Herausforderungen. Es gab ja vor einigen Wochen ja die Ankündigung, dass es in der Chefetage ein paar Veränderungen nämlich gebe. So unter anderem wird nämlich Shakuntala Benerji, eine bekannte Journalistin beim ZDF, zum 1. November die Leitung Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen übernehmen. So wird unter anderem natürlich klar der Verantwortungsbereich für Deutschland, Europa, die Dokumentationen, aber auch natürlich Formate wie das Auslandsjournal, Maybrit Illner und andere Formate nämlich liegen. Aber bei dieser Ankündigung vor einigen Wochen fiel ein Name nämlich nicht. Matthias Vornhoff. Er ist nämlich der bisherige Leiter dieser Redaktion. Man kennt ihn aber auch bei den Moderationen von Politbarometer, die ja in Zusammenarbeit mit der Forschungsgruppe Wahlen alle zwei, drei Wochen oder vier Wochen ein paar Umfragen immer machen, auch die Sonntagsfrage stellen, was wäre, wenn am kommenden Sonntag Wahlen wäre. Ja, diese Position hatte Vornhoff seit jetzt fast gut zehn Jahren inne, jetzt nicht mehr. Ja, denn er musste seine Posten abgeben. Er stand auch schon nicht mehr zu des Ganzen. Eine ZDF-Sprecherin hat nämlich erstmal gegenüber dem Medienmagazin DWDL bestätigt, dass Vornhoff ab morgen nämlich nicht mehr Leiter der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschichte ist. Ja, Bild hat davon schon berichtet, die Bild-Zeitung. Und weiter hieß es aber auch dort, dass er künftig eine neue Aufgabe in der ZDF-Chefredaktion übernehmen werde, ohne Führungsverantwortung. Also er wird irgendwas in der Chefredaktion beim ZDF machen, nur nicht, dass er da Leiter ist. Ja, weiter heißt es in einem Statement nämlich, mehrere Medien haben darüber jetzt auch berichtet, dass das ZDF jetzt erklärt hat, dass es nämlich gegenüber Vornhoff Beschwerden über Fehlverhalten gegenüber Kolleginnen nämlich gegeben hat. Und so hieß es weiter von der Sprecherin, Zitat, das ZDF hat diese geprüft und stellt dabei stets hohe Ansprüche an seine Führungskräfte. Matthias Vornhoff hat Fehler eingestanden und die getroffene Entscheidung des ZDFs akzeptiert. Es ist irgendetwas vorgefallen, wo wir jetzt natürlich nicht nachhaken müssen. Und natürlich der Schmierenjournalismus ja generell wieder, habe ich ja ein Medium ja schon genannt, fängt mit B an. Und zu den Details wurde wirklich nichts gesagt. Also das, was ich gerade eben gesagt habe. Was da genau passiert ist, das ist uninteressant. Das wollen wir gar nicht wissen. Natürlich wollen es einige wissen. Aber bekannt ist ja auch, Vornhoff arbeitet schon seit mehr als 30 Jahren beim ZDF. Unter anderem natürlich als Korrespondent aus Washington. Dann war er ja für vier Jahre unter anderem das Gesicht der Hauptnachrichten vom ZDF. ZDF heute um 19 Uhr, das ist ja die Hauptausgabe. Und regelmäßig stand er natürlich dann auch für Wahlsendungen. Mann der Zahlen. Also was ja beim ZDF, was bei der ARD nämlich, habe ich Namen vergessen, verdammt. Martin, Nein, ich habe den Namen vergessen, ist aber egal. Also er war der Mann der Zahlen und hat auch das Politbarometer auch moderiert, was wie ja gesagt öfters mal im Programm freitags nach dem Heute-Journal ja dann kommt. Jörg Schönborn, Dankeschön. Ich hatte Martin im Kopf, aber lag auch daran, dass ich noch, das ist egal. Ja, und Antje Pieper übernimmt jetzt erstmal vorübergehend sowohl die Leitung als auch natürlich die Moderation des Politbarometers. Wer es wahrscheinlich schon mitbekommen hat, wird es auch passieren. Die Ausgaben, kommissarisch wird das Ganze, wie gesagt, Pieper übernehmen. Bis dann Shakuntala Benerji dann aktuell im Berliner Hauptstadtstudio ja tätig, unter anderem bei Berlin direkt zu sehen, dann vom 1. November an von Berlin aus nach Mainz in die ZDF-Zentrale kommen wird. Natürlich ist klar, in zwei Wochen, nicht mehr in zwei Wochen, wollte ich schon sagen, zwei Wochen beginnt die WM, äh EM. In weniger als zwei Wochen, genauer gesagt auch schon fast in weniger als einer Woche, sind noch gut eine Woche, geht die Europawahl nämlich los. Und wie ich es ja schon gesagt habe, Matthias Vornhoff, immer der Mann der Zahlen, der immer die Zahlen präsentiert, die Prognose, Hochrechnungen und alles Mögliche. Wer macht das? Ja, das ist natürlich dann auch beim ZDF klar geworden, weil man ihm ja auch diese Position ja entnommen hatte wegen den Beschwerden. Und man hat nicht lange suchen müssen. Es macht halt einer, der das schon mal gemacht hat. Und zwar nämlich Christian Sievers. Man kennt ihn normalerweise als Moderator des Heute-Journals. Und natürlich war er auch schon mal das Gesicht der Heute-Nachrichten, ist ja dann ja neues, seit längerer Zeit, schon seit gut einem Jahr, mehr als einem Jahr jetzt schon, Nachfolger von Klaus Kleber ja geworden beim Heute-Journal. Und ja, er hat das schon mal gemacht. 2008 und 2009 bei den Wahlsendungen hat er nämlich die Hochrechnungen und Analysen des ZDFs schon gemacht. Also keine neue Aufgabe für ihn. Er kennt das halt schon. Nur er muss das nach 15 Jahren auch mal ausnahmsweise mal wieder machen. Also ist das auch mal wieder eine ganz andere Geschichte. Warum auch nicht. Ja, wie gesagt, wie es dazu gekommen ist, warum das Ganze, wir haben das ja sowieso schon irgendwie miterlebt, vor allem ja auch in Amerika durch die MeToo-Debatte, da sind mir auch ein paar Erinnerungen ja aufgekommen, dass da ja zahlreiche Moderatoren auch auf einmal weg waren. Wenn man natürlich so ein bisschen US-Fernsehen vielleicht mal mitverfolgt hatte und dass man generell dann auch bemerkt hatte, dass ja gewisse Leute auf einmal urplötzlich weg waren, dass es dann halt auch Beschwerden gegeben hat von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sogar und dass dann entweder halt eine Versetzung fällig war oder sogar auch im schlimmsten Falle die Kündigung. Ja. Und was es auch immer war, das muss ein Geheimnis bleiben. Punkt. Ist halt so. Temu. Da habt ihr wahrscheinlich ein bisschen Werbung von gesehen, egal wo. Auf YouTube ging mir die Werbung auf Temu ziemlich auf den Sack. Und Temu steht ja natürlich auch in der Kritik auf seinem Online-Marktplatz, den Verbrauchern ja so gesehen richtig mit irgendeinem manipulierten Scheiß das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und die EU-Kommission guckt sich das jetzt genauer an und hat jetzt wirklich für den Online-Händler jetzt die Vorschriften ordentlich verschärft. Ja. Die stufte nämlich jetzt Temu im Rahmen des Gesetzes für digitale Dienste, dem sogenannten DSA, dem Digital Service Act, offiziell in der Kategorie für sehr große Online-Plattformen ein. Nach eigenen Angaben hat ja Temu alleine ja monatlich rund 75 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in der Europäischen Union. Also man konkurriert also nach eigenen Angaben mit Amazon und Co., wenn man Online-Plattformen angeht. Damit liegt es natürlich auch über die Schwelle von 45 Millionen, die nämlich, ab der nämlich entsprechend die DSA nämlich greift. Und Temu muss jetzt innerhalb von vier Monaten, also bis Ende September haben die jetzt Zeit bekommen, umfangreiche Vorkehrungen zum Schutz, zum Beispiel von Produktfälschungen oder von der Verletzung von Rechten zum Schutz des geistigen Eigentums jetzt treffen. Außerdem werden dann auch jährliche Risikobewertungsberichte dann verpflichtend. Das heißt, das muss Temu dann nach Brüssel ebenfalls schicken, die insbesondere halt auch dann monatliche, nachteilige Auswirkungen auf Gesundheit und Sicherheit von Verbraucherinnen und Verbrauchern unter die Lupe nehmen müssen. Das muss Temu dann auch machen und mit einem Schwerpunkt zum Beispiel auf körperlichen und geistigen Wohlbefinden von Minderjährigen. Dass dann die Minderjährigen sich nicht tot kaufen, kann man quasi sagen. Ja, Temu ist dafür bekannt. Im Chat sehe ich das auch schon. Ich bin mir sicher, der eine oder andere wird das auch schon so oder so sagen. Ist kompletter Müll. Nie da eingekauft. Will ich auch gar nicht, obwohl ich da, wie gesagt, so viel Werbung, so viel Scheiß dafür kriege. Es gibt, glaube ich, auch sogar deutsche Influencer, die da, die da ja auch einkaufen, beziehungsweise da ja auch selbst entsprechend, wie soll ich sagen, Werbung für machen. Und die locken ja mit extremen Schnäppchen natürlich an, wenn man da mal, ich kann mich daran erinnern, was ich habe, was habe ich da mal gesehen? Eine Tastatur, so eine Tastatur hier für einen Euro. Das ist kein Witz. Da denkt man sich so, oh, ist ja günstig, warum nicht? Aber natürlich, klar, wenn es einen Euro kostet, ist es halt der letzte Mist. Schlechte Qualität, nicht einhaltende Versendung, heißt also, es kommt nicht dann, wenn es kommen soll. Und natürlich, klar, die Umwelt- und Klimabilanz seiner Produkte. Dafür steht Temu in der Kritik, heftig auch noch. Und mehrere Verbraucherschützer und Verbraucher, also mehrere Verbraucherschützer in europäischen Ländern hatten ja schon Mitte Mai Beschwerde gegen Temu ja eingereicht. Der Online-Marktplatz sei, so heißt es nämlich, voll von manipulierten Techniken, die darauf abziehen, die Verbraucherinnen und Verbraucher dazu zu bringen, mehr auf der Plattform auszugeben. Also, dass es nicht nur bei einem Euro bleibt, sondern auch deutlich mehr. So soll das dann entsprechend sein. Und wer sein Konto bei Temu löschen möchte, der muss erstmal entsprechend, ja wirklich einen sogenannten Hindernisparcours auf der Webseite durchlaufen. Also, man kann sagen, die Löschung des Kontos ist wirklich ein Abenteuer. Man findet es halt nicht direkt. Außerdem lassen sich natürlich halt, lasse Temu auch die Verbraucherinnen und Verbraucher häufig im Unklaren darüber, von wem sie überhaupt eigentlich diese ganzen Produkte kaufen. Also, von wem wurde das gemacht? Nicht geradewegs vom Nachbarn nebenan, sondern irgendwie wahrscheinlich von irgendeinem, keine Ahnung, man weiß es nicht. Die Vorgaben des DSRs, also des Digital Service Actes für Digitalriesen, gelten ja mit der Entscheidung der Kommission für 24 große Online-Dienste. Wenn wir schon, wie gesagt, auch bei Online-Händler dabei sind, Amazon, Zalando und auch natürlich andere Dienste, Google, Facebook, TikTok, auch die Plattform X, eben als Twitter, die haben diese Vorgaben einzuhalten. Erst Ende April hatte ja die EU-Kommission den chinesischen Online-Händler Schein als sehr große Plattform eingestuft. Und ja, halten sich die Unternehmen nicht an das DSR, das Digital Service Act, können die Strafen bis zu 6% ihres weltweiten Jahresumsatzes erreichen. Also, sie müssen wirklich dann 6% ihres Jahresumsatzes an die EU-Kommission abdrücken, sollten sie gegen diese Regeln verstoßen. Und wenn sie erneut dagegen verstoßen, könnte es sogar so weit dazu kommen, dass die Plattformen entsprechend in der EU verboten werden. Temo hat sich dazu geäußert, hat heute ein Statement veröffentlicht und da erklärte ein Sprecher, dass das Unternehmen die Einstufung zur Kenntnis genommen hat. Man verpflichtet sich, die Regeln und Vorschriften des DSRs einzuhalten und die Sicherheit, die Transparenz und den Schutz unserer Nutzer in der Europäischen Union zu gewährleisten. Ja, mal schauen, was da noch kommen wird, entsprechend in der nächsten Zeit bezüglich von Temo in den nächsten Monaten. Bis Ende September haben sie ja Zeit. Schein, das ist mir so Wumpe, Don Pedro, wie es heißt. Ich kaufe da nicht ein, also. Kommen wir zum Sport. Am Montag hat der VfL Bochum noch seinen Abstieg verhindert. Das Rückspiel endete ja im Elfmeterschießen und da hat ja dann Bochum sich retten können gegen Fortuna Düsseldorf. Schade für Düsseldorf, aber jetzt kommt der bittere Beigeschmack für die Bochumer nämlich, denn man hat sich alleine heute von zehn Spielern verabschiedet. Ja, darunter unter anderem auch Kevin Stöger, Takuma Asano und auch Kevin Schlotterbeck nämlich, die jetzt den Verein verlassen. Und im Rahmen eines gemeinsamen Teamführungsstücks nach dem Relegationssieg in Düsseldorf, so schrieb das der VfL Bochum, heute hat man zehn Spieler verabschiedet. Patrick Osterhage ist ebenfalls mit dabei, Andreas Lute und Danilo Soares sind ja schon bereits kommuniziert worden, müssen sich natürlich dann noch, die wurden auch, wie gesagt, die wurden schon kommuniziert. Patrick Osterhage geht zurück nach Freiburg, Andreas Lute beendet seine Karriere, das hatte er sogar am Montagabend nach dem Elfmeterschießen bei Sat.1 bekannt gegeben und Danilo Soares geht nach Nürnberg zurück. Das wurde schon in dieser Woche kommuniziert, jetzt aber geht es natürlich weiter. Ein Tor und zwei Assists in der Relegation, 17 Scorer-Punkte, das ist unter anderem, wie gesagt, Kevin Stögers Stand der Dinge. Und er wird aber jetzt, wie gesagt, eine große Lücke bei den Bochumern im Sommer hinterlassen. So hieß es nämlich in einer Mitteilung von Bochum, für uns ist Stögi auf jeden Fall ein Kandidat für die österreichische Nationalmannschaft. Mach's gut, Kevin, und vielen Dank für deinen Einsatz. Ja, und der wird jetzt nach drei Jahren, äh, nach zwei Jahren jetzt nämlich den Verein ablösefrei verlassen. Vielleicht wäre das ja einer für Schalke, wer weiß. Ja, 30 Jahre im Übrigen schon halt. 20 Spiele weniger als Stöger hat nämlich, der von den sieben Abgängen insgesamt ja die meisten Einsätze sogar für den VfL verbuchen konnte, absolvierte Takuna Asamo seit seinem Wechsel 2021 zum VfL. Der japanische Rechtsaußen erzielte ja 90 Außenauftritten, 90 Spielen, 14 Treffer, zudem steuerte er auch sieben Assists bei. Wie bei Stöger ist auch die Zukunft von Asamo noch ziemlich offen. Also er wird auch da definitiv den Verein verlassen, kein neuer Vertrag. Kevin Schlotterbeck und Gonzalo Paciencia, die werden erstmal zu ihren Vereinen zurückkehren. Schlotterbeck, der ja für Bochum 42 Einsätze ja hatte, wird natürlich zum SC Freiburg zurückkehren. Er wurde dort ja ausgeliehen. Und Paciencia wird abwarten müssen, wie Celta Vigo nämlich nach seiner weitgehenden enttäuschenden Laie, 21 Spiele in drei Tore, mit ihm dann planen wird, ob er dann wieder ausgeliehen wird oder ja, ob er sogar ganz verkauft wird. Auch für Michael Esser endet die Zeit an der Castropa, zumindest vorübergehend. Der 36-jährige Schlussmann, der ja schon selbst im Jugendalter als heranwachsender Spieler im Klub ja tätig war, wird nach seiner aktiven Laufbahn als Torwarttrainer zumindest dann den Bochummann erhalten bleiben. Also da wird er zumindest dann noch etwas machen. Philipp Förster hat bisher auch noch nicht gesagt, wie er seine Zukunft planen wird. Der 29-jährige Offensivmann hat sich ja vor zwei Jahren den VfL angeschlossen, vom VfB Stuttgart kommend, kam ja in der vergangenen Saison nur auf 13 Partien, also 13 Spielen ja nur in der vergangenen Saison. Der Linksfuß ist damit also ebenfalls vereinslos, wie auch Moritz Römmling, der in Bochum sein Debüt als Zweitliga-Profi feierte, aber sich nach einer neuen Aufgabe im Profigeschäft umschauen muss, denn da anscheinend plant auch Bochum nicht mit ihm. Ja, ob Christopher Antti Adi, der ja die lange Liste dieser Abgänge in der nahen Zukunft noch erweitern wird, ist nach Stand jetzt auch noch nicht richtig festgelegt worden. Der flinke Linksaußen wurde, so heißt es vom VfL Bochum, trotz auslaufenden Vertrages nicht verabschiedet. Hier laufen noch Gespräche über eine weitere gemeinsame Zukunft an der Kastropper. Ja, das werden wir dann natürlich sehen oder auch mitbekommen, vor allem dann, ob er dann in der nächsten Saison weiterhin das Trikot vom VfL Bochum tragen wird oder nicht. Sind wir da mal gespannt. Und das waren dann die News von heute hier bei Update der News Show am heutigen 31. Mai. Wir werden jetzt ein bisschen etwas länger, was das Wetter nämlich angeht, denn das kommende Wochenende ist vor allem im Südosten des Landes und im Süden des Landes heftiger Regen angekündigt worden. Deswegen warnt der Deutsche Wetterdienst vor allem im Süden von Deutschland vor unwetterartigen, extrem ergebigen Dauerregen. Das gilt seit, also das, was in lila markiert ist, das ist kein Witz, das, was in lila markiert ist, was ihr hier seht, das ist die Warnung dafür, die Unwetterwarnung. Es könnten wirklich in Staulagen bis zu 120 Liter auf dem Quadratmeter liegen bleiben, an Regen nämlich. Maximal sogar könnten so nochmal zwischen 20 bis 40, wenn nicht sogar extremerweise auch bis zu 100 Liter auf dem Quadratmeter fallen. Das ist ziemlich heftig. Das gilt für die lilanen markierten Bereiche. Das ist vor allem dann halt natürlich im Bereich Augsburg, Ulm, so um den Dreh, aber natürlich auch westlich von Stuttgart gilt das Ganze. Natürlich auch eine Unwetterwarnung vor ergebigen Dauerregen. Dort könnten dann Maximum so zwischen, so Maximum 70 Liter auf dem Quadratmeter dann nochmal fallen. 30 bis 70 sind da sogar auch nochmal entsprechend möglich. Dann gehen wir auch natürlich weiter. Ihr seht auch nochmal, dass es sogar eine Vorabinformation für das kommende Wochenende gibt, was nämlich vor allem Unwetterwarnungen vor schwerem Gewitter nämlich abgeht. Da können nochmal 30, zwischen 30 und 60 Liter pro Quadratmeter fallen. Und dann gibt es nochmal seit 20 Uhr, also seit einigen, ja seit einer halben Stunde ungefähr, wenn man so auf die Uhr guckt, zumindest wenn man live auf Twitch dabei ist, gibt es eine Wetterwarnung, eine amtliche Warnung vor Dauerregen. Bis zu 45 Liter auf dem Quadratmeter könnten erreicht werden. Ja, es gibt auch sogar im Nordosten des Landes sogar noch ein paar Warnungen. Vor allem warnt der Deutsche Wetterdienst im Nordosten von Brandenburg vor starkem Gewitter. Das gilt sowohl für jetzt, als auch natürlich für die nächsten Stunden. Auch in Mecklenburg-Vorpommern das Ganze bis circa 21 Uhr. Und es fällt Schnee. Wer hätte das gedacht? Schnee im Sommer, möchtet ihr gerne haben, kriegt ihr. Und zwar nämlich am Alpenrand oberhalb von 2000 Metern nämlich. Ja, oberhalb von 2000 Metern könnten bei leichtem Schneefall bis zu 15 Zentimeter Neuschnee kommen. In Staulagen sind sogar 30 Zentimeter möglich. Es könnte sogar auch vereinzelt glatt werden. Das sind zumindest die Warnungen, die es dafür gibt, was Schnee angeht. Jetzt wird man sich natürlich die Frage stellen, wozu das Ganze eigentlich? Da wohnt doch niemand. Doch da gibt es bestimmt welche. Also, ja. Aber naja, was soll's. Schauen wir dann auf die Aussichten an sich hier beim Wetter. In der Nacht kann es, wie gesagt, im Süden sehr viel Regen geben. Vor allem auch übers Saarland hin bis nach Sachsen. Dort könnten vereinzelt örtlich auch noch Gewitter auftreten. Sonst bleibt es bewölkt und trocken. Die Temperaturen liegen so zwischen 12 bis 17 Grad. Im Norden werden maximal 14 Grad. Morgen am Samstag, 1. Juni, gibt es dann vor allem im Osten, in Berlin, Brandenburg, Sachsen, aber auch in Thüringen, Hessen zum Teil örtlich kräftige Schauer mit Gewitter. Sonst regnet es im Süden vorwiegend nur. Im Westen vor allem der Wechsel zwischen Sonne und Regen. Im Norden bleibt es trocken und sonnig. Die Temperaturen liegen im Süden so zwischen 15 bis 19 Grad. Im Osten bis zu 25 Grad. Im Westen werden maximal 23 Grad erreicht. Mehr also auch nicht. Und die Aussichten für die kommenden Tage. Ihr seht, am Sonntag regnet es noch weiterhin im Süden des Landes. Es kann natürlich auch, wie gesagt, im Osten des Landes, so im Raum Sachsen, auch noch weiterhin regnen. Dort die Temperaturen zwischen 19 bis 22 Grad. Sonst bleibt es aber auch sonnig und trocken. Bis zu 20 Grad zur neuen Woche regnet es weiterhin immer noch. Vor allem im Süden 12 bis 19, sonst 11 bis 20 Grad. Die Temperaturen insgesamt am Dienstag. Dann das gleiche Spiel dann nur im Norden. Und im Süden beruhigt es sich so langsam wieder mit dem Regen. Ja, und das war es dann für Update für diese Woche. Hier geht es jetzt gleich weiter mit derjo.tv live. Wir werden gleich mal über gewisse Themen ein bisschen sprechen. Und ich habe auch mal ein bisschen Lust. Aber auf Videos zu gucken, so ein paar. Die ich gerade hier so entdeckt habe. Heißt also, es wird so ein bisschen on the fly geben. Beziehungsweise auch so ein bisschen, ja, random stuff, könnte man sagen. Deswegen ich keine Umfrage ja online gebracht habe. Ich habe das eigentlich noch am Mittwoch erwähnt. Am Wochenende wird es mager, was vor allem die News angeht, auf derjo.tv.de. Dennoch, wenn ihr euch auch informieren wollt, am Sonntag zumindest wird es so ein bisschen News selbstverständlich geben. Nur am morgigen Samstag wird es gar nichts geben. Heißt also, ich mache morgen Urlaub, so gesehen. Also, die Webseite bleibt aber dennoch online. Und Streams gibt es dann auch erst nächste Woche wieder. Und zwar nämlich ab Montag schon wieder. Dann geht ja auch der Monat Juni für derjo.tv los. Und natürlich dann mit Europawahl, mit Rudel gucken, also der Fußball-EM, dem EM-Update und so weiter und so fort. Ja, und jetzt erst mal Ende mit Update. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann gleich bei derjo.tv live wieder. Wenn nicht, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Versucht das Wetter zu genießen oder passt zumindest auf euch auf, je nachdem, wie das Wetter bei euch ist. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Bis dahin, tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.